ja schön alter wie viele schufe nimmt der wichser denn hier also nicht ich bin eine kleb nachladen weiter weiter verlaufen so nach nachladen fähigkeit aktivieren außer zinte stirbt die gegner sich immer so bewegen müssen hallo küsse ich weiß nicht wo der hände ist nehm doch irgendeinen irgendeinen hier nehmen sonst sind wir über doppelwaffen und rattern hier einfach durch den aber die sind verdammt stark gepistet hatte bäder ist hast du auch noch hatte ich halt weg zu sein gekriegen oder habe ich ja bis seine erfen habe ich einfach weiter immer hier gleich ein alter ich habe es weiter deswegen deswegen verdammte wichser ehrlich sind doch viel zu stark komm ich wieder einfach weiter was kommt nein das verteidiger lecker und gibt mir bitte gibt mir bitte einfach doppelwaffen wir entwickeln sich wir müssen alle auf bis auf einen drauf und ewigen schaden haben nein ich liebe dich nicht sehr gut warum schon wirklich bitte nicht weiter war dieses scheiß gegner eingefroren schaden schaden ouch wenn die ist klar ja 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 ich habe noch niemals zu heilen oder überhaupt wieder zu beleben wenn man mit ihm weg ist dankeschön aber es kommt ja gar nicht warum kriege ich die kleppte bombe das bestimmt die scheißschlange keine munition mehr schau ich nicht weil der sich entwickelt hat also womit entwickelt er sich fixer ja was mit ihm denn los hier oben eigentlich ja sterb gleich schon wieder ich habe keine munition mehr für die ich muss waffe wechseln hey seht ihr eigentlich ein ich habe deine eigenen kisten oh munition oh kommt das wieder mit einmal her alter ich werde auch angegriffen centos ja nur dass ich weniger leben hatte als du und du das viel erst mal platt machst das meine ich damit ja ja was du bist vorne draußen hier war doch ein ding drin oder nicht anscheinend wohl nicht ich habe ich nicht wieder jetzt müsste sein gehirn kommen der ist aktiv hier meine frische jetzt so mit einem markt wie viel drin so stark hat sich das film wieder aufgeladen ja klar das entwickelt sich dauerhaft das entwickelt sich dreimal deswegen sagte ich ja die dinger sind stark ich muss noch meine waffen nachladen egal was kommt zu meinem leben auffüllen danke dass du meinen sie mit aufgesommet hast du ist fest und durchgedrückt halten deswegen niemals vergessen das lila loch ja meine frisse einfach zu schwach für das zeichen ja zentos du bist leider lila loch warum hast du den getötet sollte ich nein ja sollte ihn töten nee solltest du nicht nur weil jack die es gesagt hat gemeine richtig gemein zu den ich habe doch gesagt so wie also sagen ruhig der arme junge ja komm punkt tschüss warte doch mal auf mich du arsch ja du arsch du sollst du ein lila loch ein lila loch was kommt da angeflogen deine mutter nein das will nicht direkt da rein ich komme wieder hoch tschau wir müssen das ding platt machen du arsch wenn ich einfach hochkomme ich will nicht das spielt mit mir wie weiß ich nicht ja geh raus komm die 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 stift ja ja nein Nein, wir sind nicht super teuf... Warum? Warum? Doch, Leben wieder. Hast recht. Ich kann auch ein bisschen cheaten. Ah, jetzt hab ich was gekauft, was ich gar nicht brauche. Super. Ja. Ich kauf'n Mod für'n Klassen-Mod. Super. Lass' dich lasern. Mein Ambo sind immer noch kleine Pisser, ehrlich. Nooo. Derb. Heiser. Da gibt's bestimmt'n Trick, ey.